Man verbringt tolle Zeit miteinander. Man bekommt tolle Kinder. Man streitet sich. Man versöhnt sich. Und dann... ...dann verabschiedet sich dieser Drecksack. Das ist meine Leiche! Trufathius, worauf steht der Bestatter? Ja, ein ärztliches Beileid. Ist Ihnen auch jemand gestorben? Oder warum stehen die so krumm? Was hat denn Papa ausgemacht? Keine Ahnung, er war Zahnarzt. Der Stefan hat in den letzten zwei Jahren so gut wie nichts verdient. Wenn er nicht zur Arbeit ist, wo ist er denn hin? Und dann habe ich hier einen acht Jahre alten Mietvertrag gefunden. Klingt nach Garage. Was hast du mir eigentlich alles nicht erzählt? Ich muss eine Familie versorgen. Ey, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass ich das mit den Trauerreden ja jetzt professionell machen könnte. Ich möchte auch einfach nur eine Chance, um mich zu beweisen. Ich bin nicht so schwach, wie Sie denken. Aber Sie können doch nicht sagen, dass dieses Gedicht zu jeder Beerdigung passt. Oh doch, das tut es. Nein, das tut es nicht. Doch. Nein. Du rennst jetzt euphorisch in diese Sache rein und dann bäm, liegst du nach einer Woche heulend unter Bett. Wird alles gut. Ich glaube wirklich nicht immer alles falsch. Also wenn du mich wirklich fragst, ob es einen richtigen Weg gibt, zu trauern. Ne. Was sagt denn die Arme? Was sagt denn die Arme? Was sagt denn das? Ich glaube, dass jedes Leben und jeder Tod eine Geschichte haben, die sich lohnt, erzählt zu werden. Was sagt denn die Arme? Was sagt die Arme? Was sagt die Arme? Was sagt die Arme? Was sagt die Arme? Frau Fazios. Herr Elster. Danke. Viel Glück auf Ihrem Weg. functions. Das war. Das war's. Ach so. Das war's. Äh. Untertitelung des ZDF, 2020